Musik Hermann Talowski, Spatenobmann für Gewerbe und Handwerk in der WKO Steiermark und Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bauholz, treten Seite an Seite gegen den Plan der Regierung an, dass junge Asylwerber künftig keine Lehre mehr beginnen dürfen. Dieses Vorhaben sei nicht im Sinne der Wirtschaft. Nein, ist nicht im Sinne der Wirtschaft. Wir haben auch dazu einen Parlamentsbeschluss der Steierischen Wirtschaftskammer im Juni gefasst, wo wir uns alle im Wirtschaftsparlament dazu ausgesprochen haben, dass Lehre mit Asyl im Mangelberufen in einer betrieblichen Ausbildung weiterhin stattfinden soll. Die Hauptbotschaft der Sozialpartner wendet sich gegen die Behauptung, junge Asylwerber würden österreichischen Jugendlichen Arbeitsplätze wegnehmen. Wir haben derzeit in der Steiermark 305 Lehrberufe, die wir nicht besetzen können. Das heißt, jeder Asylwerber, der einen Mangelberuf ausübt, nimmt keinen österreichischen jungen Menschen in der Lehrstelle weg. Ähnlich die gesamtösterreichische Situation. 1023 junge Asylwerber sind derzeit in einer Lehre, wo es nicht gelungen ist, dass wir am österreichischen Arbeitsmarkt junge Menschen gefunden haben, die diese Lehrstelle antreten. Hier würden mit den jungen Asylwerbern, die eine Lehre absolvieren, die Falschen abgeschoben, sind sich die Sozialpartner einig. Wobei man bei dieser Diskussion auch den Kostenfaktor nicht vergessen dürfe. Wenn dieser junge Asylwerber nichts tut, dann kostet er den Staat 150 Euro Taschengeld im Monat plus die Unterkunft. Wenn er eine Lehre begonnen hat, eine betriebliche Lehre bekommen hat, dann finanziert er sich selbst und kostet den Staat nichts mehr. Die Sozialpartner wollen ihre Vorschläge der Bundesregierung übermitteln und zu einem runden Tisch laden. Neben dem Zugang zur Lehre fordern sie, dass junge Asylwerber nach Lehrabschluss auch bei einem negativen Asylbescheid in Österreich bleiben können, solange ihr Arbeitsverhältnis aufrecht ist. Und? Dass wir junge Asylwerber auch in andere Bundesländer zu offenen Lehrstellen zuweisen dürfen, wo es nicht gelingt, mit österreichischen Jugendlichen diese Lehrstellen zu besetzen. Hier nimmt niemand aus dem Ausland einen österreichischen Jugendlichen in den Arbeitsplatz weg. Den Vorschlag der Bundesregierung, Lehrlinge aus Drittstaaten nach Österreich zu holen, halten die Sozialpartner für realitätsfremd. Dass man die Rot-Weiß-Rot-Karte so verändert, dass man aus Drittstaaten junge Menschen nach Österreich holt, dass man dann quasi einen Pool hat, wo sich der Unternehmer einen 15-jährigen Russen heraussucht, den dann Deutsch beibringt, damit er dann bei uns eine Lehre macht, das finde ich absurd, das finde ich lächerlich. Und wer so einen Vorschlag macht, der wandelt in den tiefsten Teilen der Unkenntnis, dass das praxisbezogen ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017